Lieden die Welt, Bildkundinnen und Kunden. Ich bin René Hildbrand, Journalist und Autor. Das ist mein ganz neues Buch bei Weltbild. Es ist ein Bestseller geworden, wir sind alle sehr happy. Es ist ein lustiges Buch und es zeigt Politikerinnen und Politiker, die alle kennen, ein wenig von einer anderen Seite. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude und Spass beim Lesen.